Schwiegertochter gesucht ist auch im Internet die heißeste Show aller Zeiten. Jetzt geht es hier mal so richtig los hier. Wir sind voll dabei. Bac, 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 bac. Und wenn man viele Jahre auf Mallorca lebt, kann man leider trotzdem kein Englisch. Christian lebt ja schon einige Zeit hier in Mallorca und kann nicht ein bisschen Englisch. Äh. All das und noch einiges mehr gibt es in dieser neuesten Folge von Schwiegertochter gesucht 2024. Und für mich ist gerade das mit dem Spanisch auf der Insel das vielleicht lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Und deswegen werde ich es natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Herzlich willkommen bei Schwiegertochter gesucht. Ich freue mich total, dass Sie heute mit dabei sind, denn bei uns ist heute tierisch was los. Hallo, ich bin Alex. Ich habe große Angst vor Käfern und nicht so große Angst vor Schwiegertochter gesucht. Und wenn du das übrigens schon vor TV-Ausstrahlung sehen möchtest, kannst du das immer auf RTL Plus. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mal rein mit einem meiner absoluten Highlights, nämlich Sascha. Und der hat sich in der letzten Folge für Jana entschieden. Und dann haben sie sich ganz schnell geküsst. Und jetzt schlafen sie schon in einem Bett. Im sagenhaften Sauerland haben Jana und Sascha die erste gemeinsame Nacht verbracht und liegen im bequemen Bett des Junggesellen. Gut geschlafen? Ja, du auch. Wollen wir rüber gehen? Kaffee machen? Ja, mal rüber Kaffee machen. Moment mal. Also bin ich der Einzige, der das jetzt ein bisschen schnell findet? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann hatte Sascha in den letzten 15 Jahren nur ungefähr eine halbe Beziehung. Und jetzt schläft er schon mit und vielleicht sogar in Jana. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Mama dazu sagt. Und normalerweise hätte ich die nächste Szene nicht reingeschnitten. Aber ich muss sagen, das waren für mich die schönsten Alliterationen, die ich jemals gehört habe. Mama Regina ist bereits mit beträchtlich belegten Brötchen und butterzartem Blechkuchen auf dem Weg zu den beiden Turteltäubchen. Ich bin ganz ehrlich, ne? Auf beträchtlich belegte Brötchen. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Aber Sascha, der hat auf was anderes Bock, denn der erzählt alles seiner Mama. Wahrscheinlich auch, welche Stellung er mit Jana jetzt in dieser Nacht so ausprobiert hat. Wobei er das, wenn man so möchte, hier ein bisschen umschreibt. Die erste Nacht alleine, die war kurz. Wir haben lange noch Wasser und Kaffee getrunken. Kein Sekt gehabt. Kein Hucho. Da habe ich sogar kalt gehabt, aber uns war nicht danach. Wir haben noch lange Wasser und Kaffee getrunken. Das ist, glaube ich, die bescheuertste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Aber ich wünsche den beiden natürlich trotzdem von Herzen, dass sie viel Spaß haben. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen ernst bei denen. Oh, und nach der nächsten Szene habe ich eine der wichtigsten Fragen an dich, die ich jemals gestellt habe. Wir haben geplant, dass wir uns ganz in Ruhe kennenlernen, dass ich Sascha auch mal, also euch beiden, meine Familie vielleicht vorstellen würde und ein ganz entspanntes Kennenlernen. Das klingt cool, das klingt erwachsen und ich wünsche den beiden wirklich, ganz ohne Ironie von Herzen, dass sie hoffentlich wirklich ein Paar werden. Jetzt aber meine absolut wichtige Frage. Du hast es vielleicht eben gesehen, die essen ja Brötchen mit Gurkenscheiben. Schälst du deine Gurke, bevor du sie in Scheiben schneidest oder nicht? Ich nämlich schon. Und gefühlt bin ich immer irgendwie der Einzige. Aber okay, damit genug vom Frühstück. Das ist dann tatsächlich auch beendet. Jetzt kommt wieder der Ernst des Lebens für Sascha. Der ist nämlich so ganz nebenbei noch hochberühmt im Internet. Dann essen wir mal in Ruhe unser Frühstück auf. Und dann mache ich alles fertig für meine Internetradiosendung. Und dann machen wir mal ein bisschen Party. Ja, sehr gerne. Da bin ich dabei. Ja, schön. Yay, Internetradio. Und das ist nicht nur bei Frauentausch, sondern bei Schwiegertochter gesucht auch eigentlich immer ein Beweis dafür, dass die Kandidaten so ein bisschen peinlich sind. Wobei ich sagen muss, ich habe früher auch mal Internetradio gemacht und ich fand es eigentlich ganz cool. Aber es ist auch schon sehr, sehr lange her. Aber dann hören wir doch mal rein, was DJ Sascha so am Mikrofon leisten kann. Und immerhin den Knopf für diesen billigen Doppler-Effekt, den hat er gleich gefunden. Jetzt live aus dem Studio, DJ Sascha heute nicht alleine, sondern mit seiner Geliebten, mit der... Guten Tag, ich bin Jana. Und natürlich mit meiner Mutter. Back, 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 back. Ich weiß gar nicht, was ich schöner fand. Entweder, dass die Mama jetzt ins Mikro gegackert hat und wahrscheinlich bei allen drei Zuhörern gerade die Ohren explodiert sind. Oder, dass Sascha die arme Jana direkt mal exposed hat, weil ich glaube, sie Geliebte zu nennen und ihr dann das Mikro in den Mund zu drücken. Das machen die beiden sonst nur im Schlafzimmer. Aber egal, Jana hatte trotzdem ganz viel Spaß. Ich fand das mit dem Online-Radio total toll, auch mal noch ein anderes Hobby von Sascha kennenzulernen. Und ich fand das total spaßig. Ja, und Spaß hatten die drei wirklich. Und ich gönne ihnen das von Herzen. Allerdings habe ich eine Sache gar nicht so richtig verstanden. Also die machen ja Radio. Und das bedeutet doch, dass sie die Lieder wahrscheinlich einfach nur abspielen. Warum genau singen die dann mit? Und haben Mikro? Und gibt es dieses Internetradio eigentlich wirklich? Und könnte das mal einer von euch googeln? Wisst ihr was? Wir hören lieber mal rein. Also ihr. Ich halte mir natürlich die Ohren zu. Ich drehe immer noch durch und denke pausenlos an dich. Zeh um die Häuser wie Blöde. Doch vergessen kann ich dich nicht. Schön. Und ja, irgendwie schaffen die drei es dann sogar, dass es noch ein bisschen schöner wird. Denn alle singen ja gerne. Und kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch Ohren zuhalten nicht mehr reicht? Irgendwie brauche ich mal wieder so eine brennende Eisenstange, glaube ich. Jana, noch ich krieg's irgendwie immer noch nicht hin. Das war, glaube ich, wirklich die schönste Internetradio-Show, die ich jemals gehört habe in den letzten fünf Jahren. War allerdings auch die einzige. Und dann ist es, und ich muss sagen, wirklich leider schon so weit, dass sich Jana verabschieden muss. Denn die Woche ist vorbei und sie muss wieder zum Ernst des Lebens zurück. Schade. Ich fand die Geschichte wirklich cool. Sicher. Danke für die schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Na klar, auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich hoffe, wo? Na klar. Ja. Versprochen. Nun muss man aber sagen, ich hab's ja schon mal erwähnt, bei Schwiegertochter gesucht ist die Quote von Paaren, die tatsächlich zusammenkommen und dann auch zusammenbleiben, verhältnismäßig gering. Aber bei Jana habe ich das Gefühl, sie meint es mit ihrem Sascha auf jeden Fall ernst. Und sie hat einen der schönsten Metaphern dafür gefunden, die ich jemals gehört habe. Ich denke, das klappt sehr gut zwischen mir und Sascha und würde sehr gut passen, weil er beim Metzger ist, das Mett mitbringen könnte. Und ich bin beim Bäcker und würde die Brötchen dazu mitbringen. Ein Mettbrötchen der Liebe. Ich glaube, romantischer wird es heute nicht mehr. Wobei, vielleicht doch. Denn Sascha hat ein Geschenk. Und da muss ich jetzt ganz ironisch sagen, das ist wirklich romantisch. Und ich freue mich wirklich für die beiden. Und vielleicht sind sie ja immer noch ein paar. Das war immer an uns denken. Du hast mir einen Schlüssel geschenkt. Und hier habe ich das passende Schloss dafür. Wundervoll. Und damit sind wir bei Sascha dann leider auch schon durch. Und ich glaube, er kommt in der nächsten Folge auch nicht mehr vor. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Wer wahrscheinlich in der nächsten Folge aber immer noch vorkommen wird, das ist Claudia. Und die hat auch heute mit ihren Männern wieder was sehr Interessantes vor. Ich frage mich ein bisschen, ob die sich das selbst ausgedacht haben oder nicht doch. Eher RTL. Ja, es war wohl eher RTL. Im hohen Norden haben Claudia und Maria heute einen außergewöhnlichen Ausflug auf einen Alpaka-Hof arrangiert. Ich muss sagen, ich mag Alpakas auch sehr gerne. Das hier ist ein liebes Geschenk. Das habe ich tatsächlich mal von ganz besonders lieben Zuschauern bekommen vor einiger Zeit. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Und insofern konnte ich es kaum erwarten, wie wundervoll das jetzt wird. Gerade Udo, das ist ja der Typ, der sich für Claudias Mama Maria interessiert, war wirklich sehr begeistert. Hat er so exotische Tiere doch noch nie gesehen. Ein schöner Paradies. Das ist Natur pur. Ich habe ja schon viele Tiere gesehen, aber die habe ich noch nie gesehen. Ja, Alpakas gibt es ja auch nicht nur in jedem Zoo und gefühlt auf jeder neunten Weide. Und überall werden Wanderungen mit denen angeboten. Da ist es schon völlig nachvollziehbar, dass man die so noch nie gesehen hat. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, sind die gefährlich? Claudia und ihre Mama haben auf jeden Fall keine Angst. Und die Tiere kann man denn ja einfach fragen, ob sie nett sind. Und selbst, wenn ihnen plötzlich Reißzähne wachsen sollten und sie anfangen, das Blut von Menschen zu trinken. Wir haben ja immer noch Udo, den Beschützer. Ich muss jetzt aber unabhängig mal davon sagen, dass das zwar etwas merkwürdig von Udo formuliert war, die beiden sind halt wirklich richtig süß zusammen. Und das findet auch Tochter Claudia. Und wenn die schon ihren Segen in Form einer Leber gibt, dann kann es nur gut werden. Also ich weiß ja, ich habe diesen Gag mit Leber der Liebe wirklich schon sehr, sehr oft gemacht. Aber das, was Claudia da gezeigt hat gerade, das war doch jetzt nicht wirklich ein Herz, oder? Aber okay, whatever. Danach soll es dann jedenfalls darum gehen, die Alpakas ein bisschen besser kennenzulernen. Denn die haben alle nicht nur eine Persönlichkeit, sondern auch mittelzusammenhangslose Namen. Der weiße hier, das ist Paule. Der dahinter, der sieht aus wie so ein Teddy. Das ist unser Hengst Frodo, die da so schön schläft. Da hinten, das ist unsere Ronja. Unser Timo, der freut sich schon auf euch. So, und ich hoffe, du hast jetzt mitgeschrieben, denn jetzt gibt es einen Test. Und wenn du nicht alle Alpaka-Namen richtig aufzählen kannst, dann musst du jetzt kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und sonst auch. Jetzt haben wir Ronja, Lotta, Frodo, äh, da haben wir da Lotta, Frodo, das kann ich so einfach machen. An sich hat Julian das aber eigentlich ganz gut gemacht. Und er stellt sich dann auch mit den Alpakas selbst ganz gut an. Konkurrent, Marco, glaube ich, heißt er, der hat nicht ganz so gute Karten. Er findet nämlich nicht nur nicht so richtig den Weg zu Claudias Herz. Auch die Herzen der Alpakas bleiben ihm verschlossen. Wie traurig. Wie zweistörige Ese, Alter. Zum Glück gab es aber doch noch einen richtigen Alpaka-Flüsterer. Und das ist Udo. Und ich glaube, was Udo einfach richtig macht, ist, er geht mit den Tieren total lieb und ruhig um. Und ja, dann muss man vor denen erst recht keine Angst haben. Komm, wir machen das besser. Komm. Ja, schön. Alle hatten Schwierigkeiten, aber ich hatte mein Foto. Ich hatte den Foto auch richtig im Griff. Irgendwie mag ich Udo. Auch wenn er das jetzt ein bisschen so formuliert hat, als würde er Frodo danach dann kräftig den Arsch versohlen. Wer sich übrigens aber auch ganz gut angestellt hat, ist Maria. Und die, das muss ich auch mal echt positiv hervorheben, die freut sich über alles. So positive Menschen sind immer irgendwie cool. Fantastisch, Franz. Dankeschön, Schatz. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Weißt du, ich bin stolz auf dich, Schatz. Weißt du, es ist fantastisch. Hast du gut gemacht. Ich freue mich. Wundervoll. Nun ist man ja aber eigentlich nie unbedingt in dieser Sendung, um mit Alpaka spazieren zu gehen. Ich habe sowieso gar nicht verstanden, warum RTL dem gefühlt irgendwie 15 Minuten in der Folge an Zeit gegeben hat. Sondern für die Liebe. Und da möchte Claudia auch mal einen Schritt weiter gehen. Julian, hast du mal Lust, kurz mit mir zu sprechen? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Können wir machen. Dann bis später. Ja, bis später. Denn die beiden sind immerhin sieben Meter weggegangen und haben sich dann auf so eine Bank gesetzt. Und ja, da wollte Claudia jetzt mal wissen, wie steht es denn um Julians Gefühle? Und warum ist der eigentlich in diesem Format? Weil so richtig viel Sinn ergibt das ja nicht, oder? Ich wollte fragen, wie du mich so findest überhaupt. Genau. Also ich finde dich auf jeden Fall sehr sympathisch. Ich kann mal viel lachen mit dir. Du bist ja auch offen für alles. Muss mal noch abwarten, was passiert. Und an dieser Stelle auch nochmal Props an Julian. Ich finde, das hat er gut formuliert. Ich glaube, er mag Claudia. Aber es ist jetzt vielleicht noch nicht die ganz große Liebe. Und manche Leute brauchen für sowas ja auch durchaus ein bisschen mehr Zeit. Claudia hingegen, glaube ich, hat nicht nur Herzchen in den Augen. Und lebende Liebe. Die denkt schon sieben Schritte weiter. Ich bin ja so ein Mensch, bei mir entwickelt sich das ja ein bisschen langsamer. Ich weiß, bei den meisten Menschen nicht. Aber ich bin jetzt nicht verliebt, aber ich finde dich schon toll. Ich wollte noch nie so schön behandeln wie von Julian. Der kommt mit richtig so Interesse, Harmonie. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich ein bisschen traurig. Weil das klingt wirklich so, als wäre Claudia bisher in ihrem Leben ausschließlich verarscht worden. Das wünsche ich ihr natürlich nicht. Und ich hoffe, das macht Julian auch nicht. Was ich allerdings auch sagen muss, ist, dass Claudia vielleicht ein kleines bisschen übertrieben hat. Sie hat zum Beispiel dann schon mal gefragt, ob Julian auch mal heiraten möchte. Also Claudia, so als Frage ist das ja okay. Aber ich glaube, du übertreibst gerade ein bisschen. Boah, das wäre eine entscheidende, wie würde man sich aus dem Bauch herausfällen. Aber ich denke schon, weil es ist ja auch eigentlich sowas Einmaliges. Also nicht bei jedem so, aber... Ja. Nun muss man aber sagen, zwischen Claudia und Julian knistert es wie in einem Elektrizitätswerk bei Monopoly. Da führt sich der Mitkandidat zu Recht ein kleines bisschen verarscht, weil irgendwie kommt er nicht an Claudia ran. Und so langsam verzweifelt er ganz doll. Ich habe das Gefühl, dass ich die Claudia seit zwei Tagen völlig verloren habe. Sie hat fast nur Augen für Julian. Als ich da mal so drüber nachgedacht habe, mir kamen da echt so die Tränen. Ach, das ist wirklich schade. Aber zum Glück haben wir doch Udo und der kann nicht nur Alpakas beflüstern und Puzzle bekleben. Der gibt so ganz nebenbei auch noch Flirt-Tipps. Ich würde sein Buch kaufen. Versuch doch mal zu zeigen, dass du wirklich um ihr kämpfst. Du musst kämpfen, das Letzte aus dir hausholen. Versuch es. Vielleicht hast du doch noch eine Chance, bei ihr eine Treppe höher zu steigen. Ob das noch was wird? Ich weiß es nicht. Was aber auf jeden Fall sehr lustig wird, das ist Christian. Der ist immer noch auf Mallorca mit seiner pinken Mama unterwegs, um eine Frau zu finden. Und die hat heute den Vorschlag, was Leckeres zu kochen. Worauf sie streng genommen selber keinen Bock hat. Hä? Und da kam mir so die Idee, was so ein Lieblingsessen von dir ist, zusammen eine Paella zu machen. Ja, das ist halt nicht dein Lieblingsessen. Ja, kommt drauf an, was drin ist. Ja, kommt drauf an, was drin ist. Und das kann man hier aber glücklicherweise selbst entscheiden und selbst einkaufen. Und das machen die zwei dann auch mit den drei Damen, die zu Besuch da sind. Und ich sag's mal so, Lost in Translation wäre noch zu nett ausgedrückt. Wir brauchen erstmal ein Kilo Coritios. Ah, was? Hundefutter, Kacki. Coritos. Coritos in ihren Schalen. Coritios oder Coritos. Okay, also ich muss zugeben, ich kann jetzt auch kein Spanisch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das so nicht ausspricht. Aber kein Problem, denn gleich dürfen wir mal einen Blick auf das Rezept werfen. und darauf, wie verzweifelt Christian damit ist. Coritos. Was das ist, wo die ist, wo die sind. Ich verstehe nur noch Spanisch. Schön wär's. Und an dieser Stelle muss ich auch mal wieder was sagen, was ich echt immer ein bisschen unangenehm finde. Das ist auch in diesen ganzen Auswanderersendungen, wie gut bei Deutschland so. Warum zieht man in ein Land, oder in dem Falle auf eine Insel, und interessiert sich dann für die dortige Kultur offensichtlich überhaupt nicht und kann seit Jahren nicht mal ein Wort aussprechen? Auch Bewerberin Daniela ist mittelgradig entsetzt. Christian lebt ja schon einige Zeit hier in Mallorca und kann nicht ein bisschen Englisch. Äh. Und damit hat sie sogar recht, denn Christian kann nicht nur kein Spanisch, der kann auch wirklich kein Englisch. Und dann wird's sogar noch ein kleines bisschen absurder. Wenn die so weitermachen, dann wird das Essen, glaube ich, tödlich. Was hast du gesagt? Irgendwas mit Rojo. Ja, Rojo, Rojo ist doch Wein, irgendwie so Rotwein. Oh Gott, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber immerhin ist es wirklich eine der lustigsten Szenen bisher in dieser Staffel. Aber mal so ganz kurz nebenbei, Gabi, du bist jetzt ja auch ziemlich oft auf der Insel. Wie genau kommst du jetzt so auf deine interessante Herleitung? Ja, Rojo, hab ich mal irgendwas von gelesen. Eine Weinsorte, keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Ja, da hab ich gedacht, das ist Rotwein. Hauptsache was zu saufen und am Ende kommt irgendwas raus, was man Paella nennen kann. Wobei, nee, so nennt man das eigentlich gar nicht. Das heißt doch Pallele. Oder Pistazie oder so. Machen Paella aus, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, Paella, Paella oder irgendwie so ähnlich. Alter, Christian, nochmal, du wohnst jetzt schon seit ein paar Jahren auf dieser scheiß Insel und ganz nebenbei hat deine Mutter vorhin gesagt und du auch, das sei dein absolutes Lieblingsessen. Und dann kannst du das nicht mal aussprechen? Oh Gott, also manchmal ist dieses Format ein bisschen zu viel für mich. Paella. Paella? Nee, Paella? Paella. Paella. Auf jeden Fall weiß ja jeder, was gemeint ist. Ja. Und am Ende haben sie dann auch wirklich ein paar Zutaten gekauft, die meiner Meinung nach da gar nicht unbedingt reingehören und dafür haben sie dann einfach den Fisch weggelassen. Aber okay, jetzt muss das Ganze natürlich noch gekocht werden und dabei hat sich ganz klar herausgestellt, es gibt hier eine dominante Frau. Jetzt schnippelt er das schön und dann erstmal einfach da rein das Gemüse. Komplett Gemüse einfach rein dort. Jawohl. Gut. Ich übernehme jetzt mal die Führung hier. Ob das D in Dani wohl für Domina steht? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass es der Mama von Christian richtig gut gefallen hat. Und das, was sie gleich sagt, ist eigentlich auch schon wieder so eine Mischung aus traurig und frech und lustig. Also so eine Schwiegertochter würde ich mir die den Kommando vorgeben, die ihnen bei der Hand nehmen und ihm sagt, wo lang geht. Das ist mein Wunsch. Naja, man darf jetzt aber natürlich nicht vergessen, Christian ist ja eigentlich ein erwachsener Mann und das möchte er auch ganz gerne ein bisschen raushängen lassen, als es dann ans eigentliche Kochen geht. Klappt aber ähnlich gut, wie wenn ich Gitarre spiele. Okay, ich höre auf. Wenn es da gleich explodiert. Da explodiert nichts, hab dich nicht so. Ich kriege das noch nicht mal gedreht. Sag einmal deinen Mann. Na. Ja, aber mit dem Mann seiner Christian wirklich so seine Probleme. Und insofern ist es auch echt ganz gut, dass Domi Dani ja da ist. Weil das mit dem Drehen ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man das Prinzip erstmal verstanden hat. So. Ach, falsche Richtung. Das steht doch hier. Minus und Plus. Ach ja, ja gut. Das habe ich nicht gelesen. Der Typ macht mich echt ein bisschen fertig. Und tatsächlich ist das Essen dann aber irgendwann mal fertig geworden. Und wie schmeckt es jetzt, wenn man die völlig falschen Zutaten verwendet? Und eigentlich nichts mehr damit irgendwas mit einer Paella zu tun hat? Top. Schmeckt sehr gut. Sau lecker. Was nicht so schön ist, dass Christian sich kurz darauf dann dafür entschieden hat, dass eine Frau jetzt gehen muss, nachdem sie ungefähr anderthalb Tage auf dieser Insel war und wahrscheinlich direkt danach auf Kosten von RTL wieder weggeflogen wird, was ich schon wieder sehr fragwürdig finde. Und er formuliert das ein bisschen so wie am Ende eines Bewerbungsgesprächs, wo man sich dann doch von dem Kandidaten trennen muss. Alles im Ganzen war es richtig schön. Aber für einen ist die Reise zu Ende. Ach Mann, oh Christian, ist doch gar nicht so schlimm. Aber ich fand es sogar irgendwie ganz süß, dass er weinen muss, weil das beweist ja durchaus, dass die Frauen ihm auch schon ans Herz gewachsen sind. Und das, was er gleich sagt, finde ich auch überhaupt nicht. Man darf auch als Mann mal weinen. Dann war es aber endlich soweit und er konnte sich zu seiner Entscheidung durchringen. Und auch hier muss ich wieder sagen, das klingt doch wirklich original wie bei einem Bewerbungsgespräch. Ich glaube, der hat das Prinzip Liebe und Romantik auch nicht so richtig verstanden, oder? Ich danke dir für die Zeit, Patricia. Aber es hat leider nicht gereicht und ich wünsche dir eine gute Heimreise. Und ich würde mich freuen, wenn wir trotzdem in Kontakt bleiben könnten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oder übersetzt. Halt die Fresse, du Arschloch. Ich war nur wegen dir auf dieser blöden Insel und fliege jetzt einfach wieder zurück, obwohl ich gerne noch ein bisschen in der Sonne geblieben wäre. Aber na gut, so ist das halt manchmal. Und Christian bleibt weiter traurig, holt aber nochmal das Einverständnis seiner Mama. Und da merkt man auch ganz deutlich, die hat die Hosen an. Und die Entscheidung, findest du die richtig oder eher nicht? Nee, die Entscheidung vom heutigen Tag, die du getroffen hast, die finde ich in Ordnung. Alter Schwede. Einen habe ich allerdings heute noch für uns, denn auch Stefan ist tatsächlich nochmal dabei. Du erinnerst dich vielleicht, der hat sich ja in der letzten Folge für Astrid entschieden und sie auch gleich gefragt, ob sie mit ihm, nein, ob er bei ihr schlafen darf. Und eigentlich hat er das so festgelegt, dass das auf jeden Fall passieren muss. Dann kam aber alles ganz anders. Ich habe nicht im Ferienhaus geschlafen, weil es Astrid als Wunsch war. Und dass sie mir gesagt hat, ich möchte bitte zu Hause schlafen, hat mich absolut nicht enttäuscht, weil ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, dass sie halt so lange Single war. Ja, und vielleicht damit, dass ihr euch netto erst drei Stunden kennt. Aber immerhin frühstücken die beiden dann am nächsten Morgen gemütlich zusammen. Mittelgute Flirts inklusive. Ansonsten ist das Frühstück übrigens aber mal sehr spärlich. Sonst brauchst du nichts mehr? Nee, sonst brauche ich nichts mehr. Da bin ich schon glücklich mit. Hättest du auch sagen können, ich brauche dich. Super. Ich dachte, du kommst von alleine. Aber auch bei den beiden muss ich wieder sagen, die sind schon irgendwie lieb miteinander. Und ich bin immer wieder überrascht, dass RTL ja doch so ein bisschen Treffer zu landen scheint, weil jetzt mal alles Gestellte so zur Seite geschoben. Da ist, würde ich sagen, auf jeden Fall schon ein Funke über sie rüber gefunkt, wie Claudia sagen würde. Komm mal her. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich einem Mann so nah war. Das ist so lange her. Also ich bin da sehr jungfräulich fast wieder. Ja, Astrid ist sogar wieder zugewachsen. Ich übrigens auch, wenn ich Stefan sehe und wenn ich seine Witze höre. Denn als sie dann ihren Ausflug starten, da erzählt er gleich mal seinen Besten. Hm, ist echt voll lustig. Was liegt am Strand und brabbelt? Hä? Was liegt am Strand und brabbelt? Keine Ahnung. Eine Nuschel. Ach so, ja genau. Du bist eine Möhre. Alles klar. Aber dann können wir erst mal gucken, wohin es eigentlich geht. Und ich bin mir sicher, das wird Astrid gefallen, weil man sagt ja, das gefällt ziemlich vielen Frauen. Es ist ein Reiterhof. Oh ne, komm mit der dritte Pferde. Was soll ich denn auf dem Pferde? Bis ich da hoch bin, da haben wir noch ja. Ich hab gedacht, ach du Schande. Glücklicherweise muss man aber sagen, ist Stefan da eigentlich wirklich ganz gut vorbereitet. Denn es geht gar nicht darum, um auf einem Pferd zu sitzen, sondern neben einem Pferd herzulaufen. Und es gibt sogar nebenbei noch eine Erklärung, wie man diese etwas kleineren Pferde nennt. Ein bisschen dachte ich, ich bin in der zweiten Klasse der Grundschule. Und das ist jetzt ein Pony. Und wenn der dir auf die Füße tritt, Astrid, ist das nicht ganz so schlimm. Der wiegt vielleicht 150 Kilo. Boah, schlimm ist ein Relativ. Ja, schlimm ist Relativ. Dann wiegt der ja ungefähr so viel wie Stefan. Ja, okay, das wäre jetzt ein bisschen gemein und ich weiß es am Ende des Tages auch nicht. Aber dann gibt es auf jeden Fall Pferdegassi. Und ich finde, das ist an sich eine ganz liebe Idee. Auch wenn Astrid halt echt nicht so viel Bock drauf hat. Das Pony an der Leine war sehr spielerwänstig, also sehr widerspenstig. Es hatte teilweise seinen sehr eigenen Kopf und wollte nicht in die Richtung, in die wir wollten. Ja, Kerle. Da hat sich das Gehen mit dem störrischen Tier aber auf jeden Fall gelohnt. Denn irgendwann kommt man an der Bank an. Ja, und dann muss man jetzt mal über die Zukunft reden. Und ich bin ganz ehrlich, da bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, da kann ungefähr alles passieren. Jetzt müssen wir dann auch so langsam mal überlegen, wie es denn mit uns weitergehen kann. Also ich würde schon sagen, dass ich, seitdem mir jetzt die Entscheidung klar steht, ich doch arg Schmetterlinge im Bauch habe. Ja? Und auch halt immer wieder kribbelt, wenn ich dich sehe. Wow, das war wirklich schön, finde ich irgendwie. Und jetzt kommt es natürlich aber auch noch darauf an, was sagt Astrid und was bedeutet das jetzt konkret? Mir geht es genauso. Das kribbelt überall. Ich habe das nie im Leben für möglich gehalten. Ich lade mich in mein Herz ein. Und meine Türe hast du aufgemacht und bist durchgegangen. Richtig romantisch zwischen den beiden. Und ich sage es nochmal, ne? Klar, da sind immer mal Szenen gestellt und so. Aber ich glaube, Astrid hat Stefan im Herzen tatsächlich berührt. Und auch den beiden wünsche ich von Herzen nur das Beste, wenn sie denn tatsächlich hier mal zusammengekommen sein sollten. Der einzige, der auf die Situation nicht so viel Bock hatte, war Herr Pony. Der wollte lieber nach Hause. Und ganz ehrlich, jetzt haben die beiden sich eher alles gesagt. Jetzt reicht's auch. Oh, mir fällt aber ein, eine Stimme müssen wir noch hören. Denn du erinnerst dich ja bestimmt noch an Grumpy Cat Oma Elke, also die Mama von Stefan. Und die hat bisher noch nie irgendwas Positives gesagt. Aber jetzt, wo ihr Sohn verliebt ist, wo Astrid verliebt ist, wo die beiden vielleicht zusammenziehen, irgendwann heiraten, vielleicht gibt's sogar noch Kinder, da muss sie doch jetzt wirklich glücklich sein, oder? Jetzt ist alles noch so kribbel, kribbel, kribbel und dann ist alles gut. Und man weiß ja nicht, wie ist er. So eine unfassbare Romantikerin. Und mit diesen Worten geht diese Folge dann auch schon zu Ende. Aber kein Problem, denn in der nächsten Folge gibt's gleich zwei neue Männer. Und ich muss sagen, ich freu mich jetzt schon mega auf beide. Startschuss für Junggeselle Ronny. Das ist mein Afrika-Zimmer. Du darfst gerne hier schlafen, weil wir haben hier auch eine Unterkunft bereitgestellt. Wie du das gerne möchtest. Ich hab die zweite Variante ausgewählt. Ihr könnt mir ja gerne mal was über euch erzählen. Ich bin 55, vierfache Oma. Wenn du das nicht verpassen willst und das darfst du eigentlich nicht verpassen. Wie gesagt, Abo wäre cool. Daumen nach oben ist immer sehr hilfreich für den Algorithmus. Auch gerade bei solchen Formaten, die, sagen wir mal, eine etwas andere Zielgruppe haben. Würde mich das natürlich freuen, denn ich hoffe auch, dass RTL im nächsten Jahr wieder eine Staffel macht. Ich würde es nämlich relativ gerne kommentieren. Und streng genommen musst du die beiden Sachen sowieso wieder machen. Machen wir uns nichts vor, denn sonst musst du jetzt auch eine Patatella mit Rojo essen. Ach nee, Rojo. Bis zum nächsten Mal. Bart. Bart. apprentig. Du benn sie auf there事.